Ja, Spaß! Herzlich Willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2.8 und endlich ist dieses Arschloch besiegt! Endlich mal! HP Höchstwert erhöht und MP erhöht und... Ach, bestimmt doch erstmal versucht ihn zu besiegen. Das war echt super. Ich will jetzt direkt einen Speicherpunkt. Und ich will hier raus aus dieser Welt. Erleichterung. Erleichterung, Leute. Erleichterung. Unfassbar. Was ein Scheißkampf. Und hier kommt auch noch. Knurr mich denn an von hinten. Tron! Nein. Tron. Ich werde mit dir mit dir reden. Ich muss Renssler entfernen. Ich muss Renssler entfernen. Tron ist noch da drin. Du und die Kui haben eine besondere Macht. Du bist. Macht, um mir zu sehen. Das bedeutet, dass wir Freunde sind? Natürlich. Was, wenn meine Erinnerungen nicht meine? Nein, ich muss wie Tron sein. Vielleicht gehen wir den falschen Weg. Aber unsere Hörer bringen uns zurück zur Wahrheit. Und jetzt nie wieder in diese Welt. Auch hier den Doppel-Discos erhalten. Axel! Ich glaube, ich werde die Kastel-Granze einladen. Nichts. Wenn sie zurückkommen sind, könnten wir sie finden. Also, sie wurden nach einer anderen Welt geöffnet, oder was? Ich wundere mich. Wenn jemand, die ihre Hörer verloren hat, wird sie zurückgekommen, sollte sie zurückkommen. Und wenn diese Welt nicht vorhanden ist, für eine Art und Weise, eine Räfüge ist für sie in den Räumen zwischen. Eine Welt wie Traverse-Town. Sie werden dort dort geöffnet werden. Oder vielleicht… Nein, schauen wir. Okay. Die Fakt ist, wir sind hier. Wir sind zurückgekommen, nicht wahr? Also, sie sollten hier sein, auch. Plane und einfach. Ich verstehe. Es ist wunderschön. Was ein Dreck. Können Sie nicht wieder zurückgekommen? Nun, du siehst… Ah! Vergiss es! Du weißt, was? Ich bringe ihn mir selbst zurück. Huh? Wie genau? Warum? Warum bin ich immer mit den ickigen Job beschäftigt? Dwarf von mir! Ha! Ge Erde! Matt, leid f孩lich- tut حz! hilf! Wie einzig! Und wie vor Krieg ist, geht das What do they humans ? Achtung, fällig los! Verrühre, 150 Luftballos! Achtung, fällig los! Achtung, fällig los! Achtung, fällig los! Achtung! Achtung! Das reicht nie im Leben, Leute! Hahahaha... alter! Achtung, fällig los! Das braucht einfach 5! Here we go! Ha! Faster! Yeah! Here we go! Ha! Rato, aber jetzt zieh dich wieder rein. Bronze C! Trophäe erhalten! Tauchertalent! Wow! Wow! Also, das war das schon wieder! Und auch hier! Paradies, der bösen Buben! Das Pinocchio! Er muss seinen bösen Vater überrascht haben. Hm. Und zwar, das kleine Junge ist irgendein miracle. Imagine! Mr. Geppetto's wooden puppet. Brought to life by the Blue Fairy. Sie hat seinen Wunsch für ein Sonn gebracht. Denn er hat so viel Glück zu anderen gegeben. Jetzt Pinocchio braucht mich für ihn. Und sein sein Bewusstsein. So, vielleicht... ...un Tag... ... er kann sein... ... real... Ha ha ha! Und jetzt... ... wir müssen uns nicht überraschen. Wir müssen uns überraschen. Wir müssen uns überraschen. Wir müssen uns überraschen. Wir müssen uns überraschen, Pinocchio finden. Hm? Hey, Jiminy! Was ist das? Hm? Wir müssen uns überraschen? Wir müssen uns überraschen. Wir müssen uns überraschen. Wir müssen uns überraschen. Ich bin noch dran... Ja. Oh, ja! Rückblende, wenn Welten träumen! Endlich sehe ich Donut, Goofy und Micky! Kommt jetzt zu mir, wenn ich mit euch zusammen kämpfen kann! Was mehr, während jemand noch nicht mehr in der Real-Version des Welt... ...Dreams können sich eine Fülle-Fülle-Fülle... ... und wiederholfen, was erscheint ist. Der Real Jiminy Cricket nicht in dieser Welt war... ... also, vielleicht ist es, wie der Dream-World ihn zurückgelegt hat, wo er gehört. Was ist das? Ich kann dich nicht hören! Genau. Es ist sehr schön, dich zu treffen, Jiminy. Ja, sicher! Das Gefühl ist mutual, Sora! Oh, ja! Also, warum hast du gesagt, ich muss rauskommen? Haha, du kannst mich nicht! Du denkst, dass wir uns gemeinsam kennen! Und du hast mir gerade auch gedacht! Hm, aber wo war ich? Oh, ja! Das ist ein schreckliches Ort! Die Mädchen hier sind bereit, zu schlafen und zu schlafen... ... und zu schlafen und sich selbst zu schlafen... ... und zu schlafen... ... und zu schlafen Pinocchio. Er wanderte hier auf meine Beine. Das ist richtig! Da muss ich, dass ich dein Name gehört habe, Sora! Von meinem Freund Pinocchio! Er kennt mich? Aber wie? Genau! Rückblende Pinocchio lügt! Schade auf dich, Pinocchio! Spielst du Huckie und... ... in einem Ort wie dieser? Entschuldigung, Jiminy! Ich ging zur Schule, bis ich jemanden kennengelernt habe! Ja, äh... ... zwei große Monster mit großen Augen! Hm? Oh, du lügt nicht! Und dann, was ist passiert? Sie, äh... ... sie haben mich in einem großen Sack! Oh! Es ist so, dass du dich umhörst. Aber ich schlafen, wenn sie nicht schlafen. Ach du Scheiße! Mega Lüger! Meine Nose! Was ist passiert? Da! Siehst du, wo die große Haare kommen? Aber es ist alles wahr! Auch der Mann in den schwarzen Kleinen hat gesagt, ... sie hat einen Trick auf Sora! Was? Jetzt, wer war er? Ich habe nur noch genug von deinem Fibber. Holden! Ich glaube, das Teil war wahr. Sag mir, Pinocchio, ... hat der Mann in Black gesagt nichts anderes zu dir? Um... ... er sicher nicht. Na gut! Hey! Schau dir das! Die Star wieder! Die Blüferrie! Die Blüferrie! Die Blüferrie! Oh, um... Oh, um... Perhaps you haven't been telling the truth, Pinocchio. Sir Jiminy? Well, you see... ... Your Honor... ... Miss Fairy... Oh, please help me! I'm awful sorry! You see, Pinocchio... ... a lie keeps growing and growing... ... until it's as plain as the nose on your face. I'll never lie again! Honest, I won't! I'll forgive you this once. But remember... ... a boy who won't be good... ... might just as well be made of wood. We'll be good, won't we? Very well. But this is the last time I can help you. Huh? That guy again... Forget him! If I don't find Pinocchio, he'll turn into a donkey like the rest of the boys. Right. Then let me help you find him, Jiminy. Really? I'd be grateful. But how in the world do you know Pinocchio? Oh... Uh... Um... Hey! Over there! I see him! Gosh! That is Pinocchio! All aboard, Jiminy! Take it away! Schnell hinterher! Pinocchio scheint schon wieder in Gefahr zu sein. Er macht die eh immer Blödsinn. Ich will erstmal natürlich gucken, ob wir hier vielleicht einen Patroull finden. Da hinten seh ich schon einer. Oh! Ha! Ja! 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 Hey! Ja! Ja! Ha! Ja! Ja! drilled appear는 예. pektivap Thom. Ja! 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 Ja, ja! Ja! Ha! Ha! Ja! 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 Ha! Ha! Wetten hier oben müssen. Was? Cool! Yeah! Yeah! Riesenrad! Yippie! Guckt euch diesen Ausblick an! Kann ich wohl die Urkode ersprechen? Huuui! Wie ist das? Wie ist das? Ich wusste, ich wusste, ich wusste. Ja, Patti! Ja! 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 Langer! Ja! Wann ist eigentlich das? Ja! 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 Ich seh' ich so gut. Wenn du noch mehr gehst. Ohhhh! Öffne doch einfach das Ding! Alter! Echt? Mann! Was? Öffne doch einfach das Ding! Hey! Ja! Hey! Hey! Immer! Ja. 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 Er ist sicherlich noch auf der Vergnügung... Irgendwann... Ja, 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 hey, ha, hey, ha, hey, ha, Ja, das ist der Wind. Sie müssen sich das wiederholen. Oh, da mit. Ja, von hier kamen wir. Das ist Pinocchio. Toller Pinocchio war das nur. Traumhässler wollen uns schon aufhängt. Ich glaube ich schweige jetzt auch direkt. Ich habe heute auch 3 Stück aufgenommen und ich habe jetzt nicht nur das hier spürt, sondern ich habe den Hobbit hast nicht mehr das gespürt. Ich habe aber noch defekte Spielstand beziehungsweise meine generellen Gesetze. Deshalb denke ich werde ich noch nicht heilig spielen. Geil! Ja! KP Höchstwerk erhöht! Lause Kraus Rezepte halten. Cool! Die Traumschmerzen prüfen, als Pinocchio zu sein. Also, wo ist der echte Pinocchio? Sora! Auf da! Schau an den Topf dieser Tower! Du bist richtig! Komm schon, Jiminy! So, wie es weiter geht, seht ihr im nächsten Pass, wenn sich der Schlepp ist da. Wir müssen hier gerne schlumen, alle Gegner besiehen. Kann man hier ja sechsmal ausbrechen? Die Schlepp ist der Schlepp. Die Schlepp ist der Schlepp. Ja, das war so ein Zaster, im Gegner. Die Schlepp ist der Scheist. Auch. ja ja beim kämpfen wir sehen uns im nächsten paar wieder wenn sei letztlich in dem hat 2.8 dreamtrop ist oder einem anderen Projekt von mir ich freue mich auf euch wieder zu sehen